Hansaring 44, dieses Mal ohne Platan. Der Pressemitteilung der Stadtwerke vom 2. März können wir entnehmen, dass die Alternativen geprüft und abgelehnt wurden. Erhalt der zwei Bäume am Hansaring nicht möglich. Rettungswege und Verkehrssicherheit sprechen dagegen. In der Gesamtabwägung der verkehrlichen und der stadtstrukturellen Aspekte und ungeachtet von Kostengesichtspunkten erscheint die Umsetzung der genannten Varianten als nicht sinnvoll. Daher wird die Aufrechterhaltung eines zweistreifig befahrbaren Hansarings von der Stadt Münster und der Polizei auch unter den oben genannten Gesichtspunkten nach wie vor für erforderlich gehalten. Stadtwerke Münster Am 6. März frühmorgens wurden beide Platanen mit der Unterstützung des Ordnungsamtes und der Polizei gefällt. Datum und Urteil dieses Vorhabens waren niemandem bekannt, mit Ausnahme der Stadtwerke. Die Anwohner können und wollen sich jedoch mit dem Verlust der Bäume nicht abfinden. Am Ort des Geschehens haben sie ein Kreuz und Grablichter aufgestellt. An allen anderen Bäumen hängen nun Schilder mit der Aufschrift Bin ich der Nächste? In der Pressemitteilung, die direkt nach der Entscheidung der Stadtwerke veröffentlicht wurde, schreibt Platanenpower Die Nachbarschaftsinitiative Platanenpower kritisiert die Entscheidung von Stadt und Stadtwerken, die beiden Platanen fällen zu lassen, massiv und kann diese nicht akzeptieren. Wir glauben aufgrund der zeitlichen Abfolge von Meldungen nicht, dass eine vollständige Prüfung der Alternativvorschläge, wie der Öffentlichkeit gegenüber zugesagt, vorgenommen wurde. Die Nachbarschaftsinitiative Platanenpower Die Fällung der Platanen lenkte den Blick der Anwohner und der breiten Öffentlichkeit wieder auf diesen Ort. Functionification ist der letzte verbliebene Protestspruch. Plakate mit Stopp E-Center wurden bereits entfernt. Hinter dieser Holzabsperrung soll Ende 2019 ein E-Center eröffnet werden. Der Protest im Jahr 2016 gegen die Bebauung war dem Nacht zwecklos. Die alte Post wurde abgerissen und auch alles Weitere im Umfeld des Geländes ist den Bauarbeiten zum Opfer gefallen. Anstelle der Gebäude und dem freien Raum wird hier bald ein weiterer Supermarkt gebaut. Sehr zur Überraschung der Anwohner, haben diese doch bereits zwei Supermärkte mit großem Angebot direkt vor der Tour. Die Frage ist, wovor und zu welchem Preis? Und auch die Frage, bin ich der Nächste? Ist längst keine dramatisierende Utopie mehr. Guckt man auf die Bauarbeiten vom Hansaring bis zur Ostmarktsstraße bis Ende 2025.